Na dann, sobald hier Wasser drin ist, kommen wir hier zum Level-Ende. Und ich bin irgendwo wieder zu früh abgebogen. Oder hab ich irgendwas vergessen? Was kann ich mir mit der Kiste anstellen? Ist das ein Schlüssel oder ein Schatten? Was? Ich hab irgendwo was verpasst. Oh scheiße, ich seh mich wieder mit der Zeit. Oh fu, Alter. Ja, da kann sie nämlich nicht runter. Äh? Bin ich jetzt doof? Hast du hier nur noch was vergessen? Gab's da noch einen zweiten Ausgang? Ich bin der Meinung, nein. Und auch kein Schalter oder so. Nee. Ich muss regulär da hinten was vergessen haben. La, 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 la. So. Hä? Bin ich jetzt dumm? Ich war selten so verwirrt in einem Level. Bei der Kiste kann ich ja eh nichts anfangen. Die kann ich ja nicht rüberschieben. So. Ah ja. Klasse, ein Schlüssel für was denn? War du nirgends eine abgeschlossene Tür? Ey. Ich will dir nichts sagen, aber habt ihr ein Schlüssel doch? Oh, der nervt. Da. Ich fühle mich grad voll geschickt. Kommst du eigentlich nicht runter? Doch. Oh Gott. Dann muss es doch hier weiter gehen. Alle Fälle geht es da weiter. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Natürlich nix noch. Halt's Maul. Oh Allah. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was ein Feige? Wo war's ein Feige? Oh oh. Aus dem Mix kommen 10.000 Gegner her. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.